Wir, die Firma Matik Präzision, stellen Dreh- und Frästeile her im Hochpräzisionsbereich. Wir haben Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, angefangen von Automotive, Uhrenindustrie, Motorsport, Sicherheitstechnik und vieles weitere. Eines unserer größten und wichtigsten Faktoren sind natürlich unsere Mitarbeiter und natürlich spielt aber auch eine wesentliche Rolle unsere technische Ausstattung. Es ist angefangen von unseren Hochpräzisionsdreh-Frästeilen bis hin zur Umgebung mit der klimatisierten Fertigung, aber selbstverständlich ist für uns auch äußerst wichtig einer der letzten Schritte in der Aufbereitung der Teile ist letztendlich Öl und rückstandsfreie Produkte, die wir zu unseren Kunden liefern sollen. Und ein wesentlicher Aspekt für uns war eben die Investition in eine neue Reinigungsanlage. Wir haben uns letztes Jahr dann in einem großen Ausschreibungsverfahren für die Firma PERO mit der Vakuumreinigungsanlage R1 entschieden. Die PERO R1 reinigt mit modifizierten Alkohol und entfernt dabei verschiedenste Öle und Emulsionen und kann gegebenenfalls auch die Teile konservieren. Wir haben die Produktivität bei manchen Bauteilen bis zum achtfachen Höhen können. Doch, doch, doch. Ja. 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 Ja.